Musik Hallo liebe Freunde zu einer weiteren Folge Road to Commander by Ghost Ich bin wieder euer Daniel Dies ist jetzt Folge 12 des Road to Commanders Also ein gutes Dutzend haben wir jetzt Oder wird jetzt produziert sozusagen Und es soll natürlich auch gleich weiter gehen Wir machen mal wieder die DLC Maps Ich werde natürlich auch mal wieder die anderen Maps zocken Aber momentan bietet sich das halt ein bisschen an Die zu zocken Gerade weil sie auch relativ neu sind Natürlich haben sie schon einige gezockt Einige bestimmt auch schon über Xbox Die hat sie ein bisschen früher Ja aber ist auch alles nicht weiter wild Möchte ja auch den Leuten die Chance bieten Die sie vielleicht nicht zocken können Dass sie sie wenigstens sehen können Vielleicht sind da ja ein paar davon dabei Man weiß es nicht genau Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben Wie ihr das seht mit den DLCs Ist das gut, ist das schlecht Oder könnt ihr darauf komplett verzichten sozusagen Also Wer würde mich mal interessieren Was ihr davon haltet Also ich persönlich sage mal Sind die DLCs Ja Nettes Gimmick Aber ehrlich gesagt Ob das hundertprozentig sein muss Weiß ich nicht Also Ich sag mal Ich bin natürlich auch immer so doof Und kaufe mir jetzt Fast zu jedem neuen Code Ghost Auch den Season Pass Damit ich dann halt gleich Die ganzen Maps mir runterladen kann Und Waffen Und was sich noch Meistens noch alles dazu gehört Aber meistens sind es ja nur die Maps Die Waffen Die sind ja Meistens Manchmal sogar noch kostenpflichtig Denn Aber Naja Okay Nehmen wir mal den Ripper diesmal Wir wollen ja auch mal ein bisschen was anderes Zeigen Also immer nur mit der Honey Obwohl ich ja Auch schon mal erwähnt hatte Dass ich mit der Honey Eigentlich mit am Besten spielen kann Weil mit der Ripper ist mir das doch Teilweise noch ein bisschen zu Hm Hektisch vielleicht Ich brauche es ein bisschen gemächlicher Aber Mal gucken Was hier geht Den Sack habe ich mir gleich mal gekrallt Ah da kommt gleich einer wieder von hinten Das ist wieder der Blanke Wahnsinn Da habe ich gerade ein bisschen Vereimt Und bei dem Woher willst du das wissen Wenn da einer rumliegt Klatschen wir mal hier einen in die Ecke Ah ey hier Das sind die mir die Liebsten Thermalhybrid Auf ein MG Herrlich Es gibt kaum was schöneres Ah das ist wieder Gegen zwei kann ich natürlich nicht viel machen Ich habe sogar die Feldbefehle geschafft Das ist ja der blanke Wahnsinn Oder Nein Habe ich nicht geschafft Habe ich nicht geschafft Stand da nicht gerade Feldbefehle ausgeführt oder Oder abgeschlossen Das ist mir jetzt auch völlig egal Ehrlich gesagt Bin ich denn des Wahnsinns oder was Also da hätte ich mich ein bisschen besser anstellen können Das war jetzt mein Fehler Das muss ich jetzt echt mal zugeben War ein bisschen sehr dämlich von mir Mal zocken mit der Vektor Okay Scheiße Warum stelle ich mich manchmal echt so dämlich an Also den hätte ich wahrscheinlich wirklich noch bekommen können Mann Jetzt hole ich mir wieder die Kills rein Die ich wieder gemacht habe Ey das ist doch der blanke Wahnsinn Da schimmelt er echt da Mensch du Sack alter verpiss dich Da schimmelt er echt da an der Ecke Das ist der Wahnsinn Jetzt gerade Habe ich gerade nicht durchgesehen Die Map ist mir auch teilweise noch verwirrt Ich bin noch nicht ganz durch Aber das schnellere Nachladen und so Das macht sich schon bemerkbar Das ist schon auf jeden Fall besseres Zocken Wieder Und nochmal Wieder voll hinter uns eine Das war wieder Heli ne Scheiße echt Man müsste eigentlich blind Überwacherei machen ne Aber dann müsste Müsste irgendwas anderes kicken Das ist scheiße Möchte ich eigentlich eher nicht Und wieder eine ausgeglichene Runde Trotzdem zweiter Oh naja Meine Güte Meine verdammte Güte 14-14-14 Das ist schön Wunderschön Mensch hau doch mal ab Okay Okay nochmal wieder eine Runde Ausgeglichen Ausgeglichen Darf 226 Punkte fehlen Wie gesagt Ich möchte mich bei euch bedanken Dass ihr zugeschaut habt Und wir sehen uns demnächst wieder Tschüss Und wir sehen uns Und wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.